Grüß euch liebe 1000 PS Fans, ich bin hier auf der Intermot in Köln, Deutschland. Riesige Motorradmesse. Es geht aber nicht nur um Motorräder, sondern auch um Motorradzubehör. Ich bin hier am Stand von Gilles Tulling, wie ihr unschwer erkennen könnt. Neben mir der Pietro Eriko von Gilles Tulling und er wird mir jetzt was über eine neue Fußrastenanlage erzählen. Genau, hallo. Und zwar hier haben wir unsere neue Fußrastenanlage für alle Dual Proposed Bikes. Zurzeit nur für die Suzuki DL 1000. Die Applikationsliste wird aber für 2015 komplett erweitert. Das Schöne an der Anlage ist, dass wir hier wieder die Gummidämpfer haben, die die Vibration aufdämpfen und natürlich das schöne einfache Rastengelenk, was an vielen Motorrädern passen wird. Ist es verstellbar? Genau, die Anlage ist 10 mm in die Höhe und 10 mm nach unten verstellbar. Wenn man das ganze Gelenk einfach einmal umdreht, kann man das ganze auch 10 mm nach links und 10 mm nach rechts einstellen. Also wie alle unsere Anlagen komplett einstellbar auf seinen eigenen Wunsch. Also insgesamt voll verstellbar, wieder sehr innovativ. Wie schaut es mit dem Preis aus? Der Preis liegt bei der Anlage nur bei 199 Euro. Ist in Ordnung dafür, dass man die Maschine dadurch so universell machen kann. Danke Pietro für das Interview. Gerne, danke.